Genau, in Dresden bei Dust ist Pepper ja richtig abgegangen, hat ja ordentliche Wins geholt, der dritte am Ende geworden ist. Gegen wen Verlohren dann? Dark Thunder, ne? Dark Thunder, glaube ich. Gegen wen doch? Aber Darker Spieler, ne? Oh, Longo spielt heute mit der Lucy Taksharata Lucy von den T-Oak Team, auch Vertrauensperson. Geil, hatten wir uns mega geholfen heute mit Oga. Sein Longo ist auch immer als Detekt. Weißt du es nicht vor Lucy? Weiß nicht, warum er das abswischt? Ja, einfach Lucy. Genau. Bescheid geben. Seine beste Freundin. Ja, genau. Oh. Ehrlich. Er macht Rob vor, der wie Mario macht ab eher. Aber öfter. Ja, gegen Mario funktioniert das auch echt gut. Ja, ne? Er hat halt keinen so guten Combo-Breaker, ne? Ja, kein krasser Disadvantage-Option. Oh, let's go. Gyro-Combo-Line. Oh, nice. Oh, oh. Oh, oh. Nicht? Okay. Hey, er hat in der Nähe einfach ganz, ganz schnell aufgestopft. Das ist kein Deutsch. Ich glaub, du weißt Deutsch oder auch kein Deutsch, ne? Das ist ohne eher Deutsch. Hey, du musst, äh, du musst dir den ganzen Rob-Tips geben. Du musst den Rob-Tips. Du musst Longo Rob-Tips geben, ne? Oh, die ist so short. Ey, ich werd's merken, wenn er Burn-A-Boost macht. Sonst hab ich nichts. Ja, das, ich glaub, das macht Laune. Er macht... Muss ihm beibringen. Oh, man. Ey, ich hab bei dir, äh, ein Burn-A-Boost-Clip geklippt. Bei mir zu Hause. Was? Ist das auch? Ja. Ich kann mich erinnern. Das war einer von den Peaches. Ah. Ja, stimmt. Ja, da musst du so leer gewesen sein. Ja. Eigentlich hab ich ja nicht auf jeden Fall gesehen. Ja, du hast einen geilen Burn-A-Boost gemacht. Burn-A-Boost ist geil. Ja. Ich feier den Tech. Aber wenn wir heute... Ein Peach ist auch einfach so. Weil er einfach so floaty ist und so. Und viel in der Luft dann. Wenn die runterkommen will und nicht erwartet dann, ja. Das ist so einen coolen Tech, wo man mit Up-G ganz schnell vorne gehen kann mit Rob. Ist schon cool. Aber wenn wir nicht mit Longo sehen. Oh-oh. 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 Aber Longo hat jetzt auch fast nur Rock zu spielen, ne? Also... Das stimmt. Ich hab einmal PT gesehen irgendwo. Glaub ich. Ja. Aber... Hat... Sinn sein? Irgendwann meinte, er sagt Grom. Grom? Das war ganz einfach gut. Hier noch. Okay, da kann er noch ein bisschen Sandbacken so. Aber... Oh-oh. Cool ist er jetzt... Competition auch erst genug. Ja. Find ich auch. Wenn Rob zu spielen. Ey, ich hab ein bisschen mit Pepper gequatscht und gespielt vorhin. Und ich hab gelernt, er liebt einfach... Oh-oh. Ähm... Up the out of here. Pepper ist auch große Fun. Up the out of here. Ist auch eine krasse Option, ne? Man muss halt bloß wissen, die Range. Genau. Weil es halt nicht so krasse Range hat. Ja. Aber Frame 3? Ey, das ist... Oh! 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 Oh, oh! Wenn du bist dir theories basically. Ja. Oh! , ja! So bringt es wahrscheinlich bloß, weil man gerade so einen Kanker angefangen hat, da kann man auch super viel über den lernen. Wenn man länger spielt, dann weiß man ja schon ziemlich alles, was man da wissen kann. Ich glaube nicht immer, wir haben ein paar coole Sachen, die man auch so anwenden kann, die Kanker spielen. Ja. Aber die meisten Tipps, die man auch so anwenden kann, die Kanker spielen. Werden halt einfach die Kanker-Tipps sein. Stimmt zu. Ey, dieser erste Stock von Bongo war schon heftig. Wenn jetzt die Pepper ganz weit empfandelt. Er braucht noch Early-Kills, sonst wird er niemals im Zweck gewinnen. Auf jeden Fall. Oh! Hey, das wäre aber sehr schön gewesen. Oh, die Tracks ist ziemlich ernst von Pepper. Das war noch ganz wichtig, so. Longo macht schon richtig gut, bleibt viel grounded. Geht viel auf Down-Hit und arbeitet mit Arrows. Oder sonst würde ich so sein. Oh, was. Ey, Up-Smash hat nur so gerne, dass es nicht einfach zu starten würde. Das ist kein Next-Man. Ich weiß gar nicht, dass ich mich dabei nicht fühl, viel zu finden. Ich habe das Gefühl, Pepper macht so mega-kreassen Spacing und alles. Aber immer wenn er so einen Aerial raushaut, kommt einfach still. Also Longage-Ready. Er wurde seit ewig nicht getroffen einfach. Ich weiß nicht, ob er das wollte. Ja, so ein Gyro. Genau, er tut er auf. Du bist ja auch. Oh, cool. Spat. 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 Oh mein Gott. Äh, Down-Hand ist rausgekommen hier. Ein bisschen zu quick zurück. Oh, schön. Ey, das war nice. Auch mit dem Parrier von Fireball war es nicht genug. Ja. Ja. Der Fireball hat sich ein sehr schweres Tool für überhaupt zu contesten in dem Matchup. Findest du? Ja. Wenn du halt in dem Fireball approach hast, hast du halt keine Option wirklich. Hast du nix zum Hitbox was? Ja, das kannst du halt als Mixer manchmal machen. So mit einem Forwarder für's eigentlich. Aber normal ist er auch nicht so super nah nah. Er ist ja schnell genug, dass er da ein kleines bisschen Spacen haben kann. Das heißt, das Einzige, was man machen kann, ist eigentlich so ein bisschen Spacen aufgeben. Ja. Oder wenn man rüberjumpt oder schildert, dann kann man das auch ein bisschen Lockerpauschen eingehen. Hm. Uh, okay. Hier, die Sonne zwar nicht viel, weil daraus wäre er keinen. Er braucht unbedingt einen Kill. Aber generell, ne, wenn er... Uh, das war aber schön. Ich hätte den zweiten Back ja nie noch so wartet. Uh, schön. Der Gyro ist unsichtbar hier auf der Stage. Er hat er trotzdem noch am Kopf. Oh, dieser Forwarder, der ist... Ja, der Drybody ist mal geschildert. Ey. Wie? Einfach vier Gyros? Oh. Okay. Oh, mein Gott. So viel auf den Schild gehauen hier gerade. Iiiiiiii. Kann man das was? Ne, ne. Oh, sehr schön die Idee. Richtig die Idee. Aber er hat keinen Sprung. Es wurde gefressen. Ja. Ah, der Drybody leider nicht. Oh. Nicht wie optimale Option. Ein bisschen Schildsgefall schon, wenn er nicht trifft. Aber wie safer Option zumindest. Oh. Weil es zwei König gekriegt hat, aber auch nicht ganz viel verloren hat. Und da Longwear noch kraft. Das noch blieb hat. Ah, ganzes Dock. Kann er sich das auch leisten. Ein bisschen. Er braucht um. Er hat schon. Eine Weile her. Äh. Er hat lange keinen Job. Noch ein Job. Es waren. Die Waren ist gut. Aber. Ich glaube. Ich hab's noch nicht ganz. Er wischte nicht die Plattform. Uh. Wieder ganz klar die Draven gefehlt. Uh. Okay. Bleibt hier safe. Einfach mit Forward. Quatsch. Ah. Direction Edo. Quatsch. War eigentlich 50-50. Er hat in einer Einrichtung dort schon müssen. Nein. Ja. Wow. Sehr schön. Dadurch das halt ein bisschen gegen die Wand geflogen ist quasi, ist die Hitbox auf dem Case geblieben. Ja. War echt schwer dagegen. Ja. So heftig. 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 Oh. Werden wir gefilmt? Ne. Ne. Die zwei Fotos. Die werden nicht gebetet. Oh mein Gott. Hier kommt Puppet rum mit seinem Kamera. Vollthreatening. Jetzt rückt er Piers 2. Hm. Okay. Jetzt geht's weiter in die dritte Runde. Aber ich muss sagen, Longo hat zum Gerissen. Also, er hatte ganz viel Kontrolle in dem letzten Game. Und Pippa hat gewonnen. Das erste Game durch Early Kills. Durch. Aber die kann er auch gut wiederfinden. Also gegen Longo ist das natürlich schwer. Ja. Aber es kann kein Match-up plus auf jeden Fall mehr. Ja? Okay. Oh oh. Ey. Was passiert? Wenn man nicht so oft passt mit dem Abbiegerloch schiebt. Ja. Okay. 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 Das war ein Dash-Attack zum holen einfach. Das ist mutig. Oh my god. Oh my god. So scary gerade mit dem Hitboxen. Oh oh. Kein Sprung. Er hat den Jump gecatcht. Oh oh. Er hat den Jump gecatcht. Aber schlechtes Timing von Down-Air. Er hat den Jump gecatcht. Okay. Okay. Ein Tipp gecatcht. Jetzt aber. Okay. Nichts. Wir haben gerade wieder richtig gemacht. Einfach outspaced. den Mario Approach. Aber er hat einfach geklankt mit dem Gyro und trotzdem noch den Kopf. Oh. Ich hatte Angst, dass irgendwas... Auf jeden Fall. Okay. Also hier Pepper hat richtig gut gemacht. Auch nicht durch Early-Kill, sondern... Oh wow. Sehr schön gechaced. Nice chase. Wunderschön. Wirklich nice. Okay, jetzt aber. Oh, es geht weiter. Er ist noch nicht durch. Ich habe schon gelabt in St комнаz. Oh oh. Er hat aber seinen Schwung. War am Good clean. Er war Ernst clearing des黑-Shield zu müssen. Oh oh, es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht vorbei. Oh Gleiches Kampf wie erstes Game. Oh, I got away. Oh, Cover die Jump. Oh, B Rein Perd umge. Und realidad. Ich versuch gar nicht die um... Hast du schon die Kärtschen gently? Ja, die Gyro zu holen. also das ist nicht oft dass man logo so eine schlechte stelle findet muss man aber es war eine coole idee wusste dass es so runtergehen würde. Man muss da eine Option wählen. Wenn dann vielleicht Downscape, aber der wäre vielleicht nicht im Range gewesen. Oder einfach ein schneller Downthurt oder so. Genau, Downthurt auch. Downfow hätte natürlich wieder der Kill sein können, wenn Pepper wieder falsch ge-Eid hatte. Ist natürlich auch die Frage. Hat er jetzt bemerkt, okay, weiß er vielleicht, ich weiß nicht, ob die beiden da vor schon gespielt haben heute. Wenn man weiß, der Gegner ist halt nicht so konsistent wie einen, dann ist es wahrscheinlich immer einen Shot wert. Aber Downthurt einfach in der Edge-Cut-Situation. Aber Pepper, 2-1 vorne. Ne? 2-1 vorne, er ist ein Game entfernt vom Grand Finals. Und wir sehen auch schon wieder Small Battlefield. Wechsel die ganze Zeit zwischen PS2 und Small Battlefield. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, was hat er genommen? Ey. Ey, das ist das, was alle machen müssen. Keine Ahnung, Schroom's. Keine Ahnung, Schroom's. Kirche, ne? Ne. Irgendein, ähm, irgendwas, wo du schneller gehst, ne? Keine Ahnung. Oh gosh. Ey, einfach direkt. Abbeats von der Welt. Outstuffen. Oh, nice. Oh, geht in der 1, 2 raus. Guck mal. Longo wird gekehrt, wie er einfach greedy, den, äh, das Projekt hier wirft. Ich glaub, Pepper hat gedownload. Ich sag's nicht oft, aber er ist ready jetzt. Er weiß, was Longo hat. Ja, es sind weiße Patterns auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist, ob Longo das alles ändern wird. Oh, okay, falling there. Ass-Hippos. Uh-oh, okay. Oh my God. Oh my God. Immer wo, wo Pepper ein Abbeer bekommst. Ich denke, ich bin sehr schön abgewartet. Oh, das ist es. Das ist es, oder? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich dachte, dass es ein Small-Bedded geht. Ich denke, es ist ein bisschen höher. Ähm, das ist es. Oh, er wird irgendwie draus geschlagen, ja? Oh, oh. Oh my God, schlagen der? Sehr kommentiert. Wie mehr geht denn der durch einfach? So. Er findet da den... Aber die Schwachschrichtung. Noch kein Kill, aber gute Position jetzt. Oh my God. Sehr aggressiv. Marius steckt raus aus dem Torner. Ein Stock. Ein Stock an das alles, was er braucht. Das ist aber Ende, oder? Ja, wieder nicht gut die Eid. Schade, Schade. Oh my God. Gleich hier. Oh, großen Upset von Pepper. On the horizon. Ordentlich Ground, den er wieder gut machen muss jetzt. Und es ist echt schwer gegen Mario. Nicht nur, weil man jetzt halt einfach... Schade, oder einfach so, was ist eine Option, die weggehen und abzulösen. Sondern auch, weil Rob's Gameplan eigentlich ist, ihn zu wallen und einfach wegzufallen, ihn wegzuhalten. Und jetzt muss er halt selber reingehen. Und Pepper ist auf jeden Fall auch patient genug, dass er nicht jemand bei anderen Marius einfach reingeht. Sondern der würde bestimmt auch einfach diese Ledge-Tramp. Also er hat's überlegt. Irgendwie hat er das überlegt. Das war aber eine halbe Minute oder so von Logo der Ledge-Tramp. Oh, das wär's fast gewesen. Jetzt. Oh, okay. Gyro in Hand. Ready, um Sieg zu nehmen hier. Oh, oh. Oh, oh. Ab air, ab air, ab air. Oh, wieder sehr schön. Oh, ja. Oh, schönes Komme. Sehr schön getraced. Wunderschön. Oh, mein Gott. Oh, jetzt. Okay, wir haben sehen, ob Pepper das schafft hier. Er hat immer noch großen Lead. Das könnte noch sein, ne? Oh, okay. Das tut wirklich weh zu sehen. Das ist dieser Rob-Nonsense, ne? Wow. Oh, mein Gott. Oh, Pepper. Normalerweise so eine... So eine positive Ausstrahlung, dass er immer hat. So immer am Lächeln. It's very serious gerade. Das ist Business hier. Aber ich bin noch sehr konzentriert. Also ich glaube nicht, dass es ihm jetzt der Lost... Der Comeback, irgendwas... Nee, nee, nee. Er ist auf jeden Fall in der Zone. Genau. Er ist in der Fall drin. Er bleibt eingeloggt. Und die bleiben. Zu drin in dem Set in Game 5. Einfach... Get down. Das machen Shuckle und Whale nicht so einfach ab wie immer. Wir haben es ja auch ein paar Mal gut gesehen, jetzt. Ja, das stimmt. Das ist interessant. Aber dafür, was es bringt... Ich kann immer noch nicht glauben, dass Lombo diesen Combat-Quick geschafft hat. Er war zwei da hinten. Ja, fast noch. Okay, wieder diese Prozente. Du bist mal... Oh, noch ein Grab. Das ist mein erstes Update. Und diesmal richtig ist die Eile. Sehr gut. Ey, es ist auch schwer zu merken, ob man ein Riecht links oder rechts ist. Ja. Oh, ich glaube, das ist vorbei. Also echt. Ich will es noch nicht zu spüren. Wir sind ja auch wieder, ne? Wir sind ja auch wieder, ähm, via Small Battlefield. Sehen wir mal. Ob hier ist 2, hatte Pepper da vormals verworben, ne? Ja. Interessant ist jetzt wieder... Ich glaube kaum das für's 2 gebannt wurde. Auch vielleicht. Ey. Ich habe den ganzen Stock hingegeben. Aber für 2 to grab? Ja. Das ist jetzt aufgefasst. Ohne die Offstage einfach. Oh oh. Du warst da von Platform, Pepper. Aber der Flat Drop immer noch Advanced Technik. Okay. Ah, es ist gut. Oh oh. The Down Tills. Oh, jetzt gutes Timing. Oh, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe aber keine Option mehr, nachdem man da unten war. Alter, jetzt geht es einfach... Es ist schon verloren, also. Ich sag dir. Ja, jetzt ist es schon verloren. Es ist schon extrem schwer zurückzukommen. Oh my god. Ey, aber weg, man... Oh my god. Und jetzt wird es richtig schwer, auch reinzukommen. Ja, er forst so ein bisschen in die Kill-Option. Aber was soll er machen, ne? Er braucht irgendwas, Pepper. Oh, scary. Oh, okay, nee, okay. I guess hoffnung nicht verloren, aber noch nicht, ne? Voller Stocks muss er noch nehmen. Er ist an der Ledge. So, ich kann sie einfach Zeit lassen. Ah, hat er die Rolle verliebt? Sehr gut. Jetzt geht's aber Ende. Wow, GG sind Longo. GG sind beide. Auf jeden Fall. Pepper hat auch eine gute Show geliefert. Man, wir waren so nah dran an einem Upset. So nah dran.